Musik Welcome back ihr krassen Dudes Und willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier in Dirt Rollings 5.0 Heute geht's ins Finale vom Callaway Flatout DLC Wir haben ja jetzt 1984 bis 1989 abgeschlossen 91,94 abgeschlossen 95,98 99,2006 Die letzten zwei Etappen Ich bin froh, dass wir, by the way, Griechenland jetzt fertig gebracht haben Und das war, ja, das war noch so ein offenes Kapitel Bevor das nicht beendet war Konnte ich hier nicht mit ruhigem Gewissen ins Finale starten Und hier sind wir 2005, Australien mit einem Skoda Fabia Rally Den wir, glaube ich, schon mal bewegt haben Und ich sehe auch schon wieder Unser Zieltext ist genauso kurz wie höchstwahrscheinlich Auch unser Infotext Schließe nach dieser letzten Etappe des Events Begeistert Colin musste bei diesem Event leider auch aufgeben Surprise Ich hab's, ich hab's gerade, ich hab's gerade angesprochen Als ich es schon wüsste Ähm Wo war ich jetzt? Egal, fangen wir nochmal von neu an Colin musste bei diesem Event leider aufgeben Nachdem ihm bei einem routinemäßigen Austausch der Kupplung etwas schief ging Er hatte gute Chancen auf einem Podiumsplatz Aber es war zwecklos Das Team bekam Beifall für seine Reparaturanstrengungen im Servicebereich Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in einem, in irgendeinem Compilation Video mal Die Szene, glaube ich, mal gesehen hab Weil Das, das, das Beifall und so, das, das kommt mir sehr bekannt vor By the way Ich hab damals, glaube ich, einmal vergessen Ein, ein Video oben rechts zu verlinken Wo, wo Colin McWay Sein, 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 was war denn das? Sein, sein Querlenker oder so Ne, mit zwei, mit Hilfe Äh, zweier Steine Versucht hat, wieder gerade zu biegen Kann ich euch natürlich jetzt alles oben rechts verlinken Äh, verlenken Äh, ab und vor Querlenker Wir verlenken heute alles Ne, äh, verlinken Ganz wichtig Nun gut, rein geht's Nach Australien Skoda Fabia Zwölf Kilo Fünf Zwölf Kilo Fünf Zwölf Komma Fünf Kilometer Heute ist ein richtig guter Tag für eine YouTube-Aufnahme Holy Moly Monaco Ich war so kurz davor, es Monaco zu nennen So kurz 13,30 Wir fahren schon mal nicht in der Nacht Was nett ist Gerade in Australien Brauche ich echt keine Nacht Come on Und übrigens, wir werden heute im Ladebalken immer Äh, 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 ähm Ladebalken Musik haben Da wir immer nur Macht auf über Kuppe Ein Event, eine Etappe Und weiter geht's Auch, nein Ich erinnere mich Skoda Fabia Das, 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 das Moped Mit einer absoluten Schlimmen Cockpit-Perspektive Fünf Vier Drei Zwei Eins Los Fünfzig Zwo links lang Macht auf über Kuppe Auf Brücke Eng Asphalt In zwei rechts lang Macht auf Bad Camber Vierzig Fünf rechts In vier links lang Na Bad Camber Da kann man immer ein bisschen schneller sein, ne Macht auf über Brücke Auf Schotter Dreißig Vier rechts über Kuppe In sechs links Achtzig Sechs links lang Übersprung Maybe Langsam Dreißig Fünf links lang Macht zu vier In fünf rechts Über Kuppe Dreißig Drei links Macht zu In drei rechts lang Macht zu Über Kuppe Fünfzig Asphalt Kuppe In vier rechts Macht auf über Kuppe Dreißig Zwo links Macht zu Don't cut In zwei rechts Macht auf über Brücke Eng Achtzig Ein bisschen spät Ein bisschen spät Dreißig Fünf rechts lang Lieber ein bisschen vorsichtiger Wenn es in den langsamen Kurven hingeht Dreißig Voll mittig Über große Sprung Achtzig Kleine Kuppe Sixtig Vier rechts Lang Macht zu In vier links Macht auf über Kuppe In vier rechts Macht zu In fünf links lang Macht zu Zwo Cut Macht auf Dreißig Sechs links In vier rechts lang In drei links lang Macht zu Don't cut In vier rechts lang Macht auf über kleine Kuppe Ein bisschen eng genommen Ja Da war der Bump Kuppe In sechs links lang Macht zu Macht auf Über Kuppe voll 120 Drei rechts Macht auf Über Kuppe In sechs links Fünfzig Achtung Zwo Rechts Macht zu In zwei links Macht auf Über Kuppe Achtzig Sechs links Über Kuppe lang Macht zu Nach Kreuzung Bleibt sehr lang Und Achtung Macht zu Zwo Hä? Nach der Kreuzung Erst jetzt Ist aber lange nach der Kreuzung Die D links zwei Holy moly Achtung Langsam Dreißig Fünf links lang Über Kuppe Macht zu Zwo Macht auf Fünfzig Sechs rechts Macht auf Achtzig Vollmittig Über Kuppe Fünfzig Fünf rechts Macht zu Macht auf Über Kuppe Achtzig Kleine Kuppe voll 150 Bisschen spät eingelenkt Aber ich habe auch hier sehr mit Fahnen zu kämpfen Langsam Fünf rechts lang Macht zu Zwo Und mit Zäunen Australien ist auch das Land der Zäune Der Pappzäune Vier links lang Macht zu Ja aber ich weiß nicht ob man das Über Kuppe Hat sich immer die Fahnen auch Dick auf der Straße Zumindest Sind die optisch abgebildet Ob die wirklich jetzt Auch so sind Wie abgebildet Das ist jetzt wie eine andere Sache In fünf links Macht auf Voll rechts Über Kuppe Bleibt über Kuppe lang In fünf rechts Macht zu Zwo Don't caz Sehr bucklig hier im Auto Vom Fahrgefühl In drei links In drei rechts In fünf links In vier rechts Über Kuppe In sechs links lang Macht zu fünf Über Kuppe Fünf Fünft 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 Irgendwie Australien Classic Links oder rechts Den Fels berühren Und dann abgeprallt werden Und die andere Seite Dann bergab runter In fünf links lang Macht zu drei lang In sechs rechts Über Kuppe lang Macht zu Über Kuppe lang Macht zu drei Macht auf Sechs rechts Über große Kuppe Und Sprung Maybe In vier links Macht auf Dreißig Sechs links In sechs rechts In sechs links Macht auf Über Kuppe lang In sofort Drei rechts Kurz Macht zu In sechs links Rechts halten Für 120 Achtung Drei rechts Über Kuppe Macht zu Eins In zwei links Don't cut Macht auf In zwei rechts Macht zu Über Kuppe In vier links lang Macht auf Über Kuppe Hier hätte ich mehr Schwung hochnehmen können Und vier rechts lang Über Kuppe Macht zu Zwo In fünf links Langsam 30 Eins links Verdeckt Macht zu 40 Drei links Macht zu Über Kuppe In vier rechts In drei links Macht auf Über Kuppe 50 Eins rechts Macht zu In sechs links Macht auf Über Kuppe 70 Ah, die Handbremse Dieses Auto ist echt geil zu steuern In senke Und achtung Fünf rechts Macht zu Zwo Über Kuppe 50 Bergab Eins links Macht zu Kein Viertel Kilometer später In der Wand Über Kuppe Macht zu Zwo Macht zu In fünf links Macht auf Über Kuppe In fünf rechts Über Kreuzung 30 Vier links In sechs rechts In Voll links Leist vertan Jo Vier rechts Innenbleiben Über Kuppe Und Sprung In drei links Macht zu Ja, wie war Ich war doch innen Aber das war zu weit in Äh Diese Spiegel Mein ich mal Hallo Hallo Ein bisschen nach Sicht fahren Bevor die nächsten Calls kommen In zwei links 40 Vier rechts Über Kuppe In fünf links Sehr lang Macht zu Vier Über Kuppe In drei rechts Über Kuppe Macht auf In voll rechts Über Kuppe Nein, 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 nein bessere du geile möhre du irgendwas irgendwas zu in vielen kurz vor ziel es ist wieder so weit voll mit dem großen sprung 86 rechts langsam 40 mittig halten über gruppe in drei rechts macht zu in drei links in drei rechts über gruppe in vier links macht auf fach kommen und fang dich fang dich fang dich 6 links über gruppe 120 6 links 100 rechts über große gruppe und sprung 50 gruppe voll 86 rechts ziel gut gemacht jawohl ich fahre durch da hause leute am out ja mensch der letzten kilometer wieder sowas von für den arsch aber wir den guten vorsprung davor die zeit wo ich noch skill hatte also drei sekunden vorsprung gewonnen alles halb so wild net haben wir sehr gut leute auf geht's nach schottland zur aller aller letzten etappe die kolle mcgw fahren ist es wird so wir drücken x auf geht's zuletztes stage zum letzten ereignis bin grad nicht sicher ist es das letzte ereignis von colin mcgw 2006 schottland besser soweit ich weiß 2007 gestorben in dem er ein helikopter pilotierte weiß ich gerade nicht nur gut schottland unser ziel erreiche eine durchschnittsgeschwindigkeit von mindestens 98 km pro stunde ohne mittlere mechanische schäden zu erleiden metro 6 r4 oh lord oh warte mal warte mal warte mal ich habe die info vergessen wie kann das denn wieder passieren oben in der richtung liebe ich liebe diese langen texte 2006 fuhr colin wieder einen mg metro 6 r4 als streckenfahrzeug nett jetzt muss ich schon wieder alles umstellen ja weil es ok schon wieder umbauen von sequenziell auf normal weg mit dem gummiband 12,68 schottland 11 uhr 30 es ist wieder tag wolkenlos also vom wetter her ein schöner abschluss by the way es gibt eine sache die ich echt ein bisschen schade finde denn also wie kam ich drauf ich habe gut wurde gesehen also also die youtube channel und dann die dazugehörigen live streams goodwood the festival of speed immer ein immer ein hit also für leute die nun selbst die nur ein bisschen motorsport oder eine nicht nur motorsport die autos aller jahre mögen so auch wie 1911 dass er der erste le mans renner guckt auf den youtube channel vorbei ich kann es euch jetzt oben rechts verlinken holy shit es wird eine sehr verlinkungs verlinkungs lastige folge geht mal darauf auf den youtube channel da sieht man alles an an rennsport serienautos jedes jahr vertreten auch prototypen manchmal wird auch brandneue autos vorgestellt vorgeschlagen hallo ich hätte mal eine idee wie wir es denn damit ein auto was liegen kann die ist auf jeden fall recht spaßig und da um jetzt mal diese lange brücke wieder zurück zu laufen dort gab es auch den den eigens entwickelten kfz von colin mcgway der colin mcgway r4 sein eigenes konzipiertes auto oder gut konzipiert bin nicht so im thema was er da wo er damit gesprochen hat aber oder nicht auf jeden fall ein auto was seinen namen trägt das wäre doch geil wenn es den in einem rennspiel geben würde und naja wenn ich wenn ich jetzt wann dann so 4566 achso sechs also ist mal drauf drücken ja achso und weiß weiß nicht mal was ich da erzählen will nur gut auf jeden fall wie gesagt bisschen schade dass das der colin mcgway mcgwayische eigene renner nicht dabei ist wäre super gewesen es sieht aus wie eine moderne knutschkugel apropos knutschkugel leute da ist er wieder unser gruppe b morpett also ich habe auch schon pläne wie ich wie ich es weiterführen werde mit der rallye ich habe da noch so paar paar stages paar autos die ich nur unbedingt fahren will und ich habe immer noch eine rechnung offen mit dem audi s1 oder audi sport quattro s1 gruppe b holy moly das wird super werden hoffentlich aber jetzt starten wir erst mal 4 3 2 1 los 6 links macht auf extra lang achtung langsam abzweig 1 rechts bergauf macht auf 4 rechts sehr lang macht zu 3 rechts bisschen verkackt innen halten macht zu in 3 links macht zu und rechts halten in 3 links sehr lang macht zu und 4 rechts sehr lang macht zu graben außen in 4 links 50 langsam 3 rechts und abzeigen 90 grad rechts long cut in 6 links lang 130 5 links lang über wellen 70 4 rechts sehr lang macht auf über kuppe bei kreuzung und macht zu innen halten 50 kurze 5 links macht auf 60 über kuppe 2 mal und 6 links lang wo ich denke langsam 50 5 links macht zu 3 links 100 4 links lang über kuppe macht zu 50 5 rechts macht zu 5 links 8 macht zu in enge 3 rechts kurz und 6 links sehr lang macht zu 3 links lang 40 1 rechts lang don't cut steine innen 30 steine innen ich bin ein oh gott fast dagegen gefahren steine außen 60 links halten über kleine kuppe in 3 links durch senke 90 3 links lang don't cut steine innen 80 über wellige kuppe kurz 6 links in 6 rechts macht zu 4 rechts über kuppe sehr lang 50 kurze 4 links bei weg und rechts halten über sprung in 6 rechts in 5 links spät über kuppe don't cut in rechts halten über sprung 70 langsam 4 rechts macht zu über kuppe das hat ja angefühlt als ich im sechsten wäre also vom 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 schalter gefühlt jajajajaja ich wollte nur den graben besichtigen 50 weite kehren rechts don't cut steine innen in 4 links macht zu und 6 rechts oh nicht zu viel eindrehen holy shit 5 links über kuppe sehr lang macht zu in achtung 2 rechts und 3 links macht zu 2 links und 2 rechts sehr lang don't cut steine innen und 3 links über kuppe 60 bergab 3 links lang in 6 rechts extra lang Achtung macht zu 3 rechts waldobacht und 4 links macht auf und macht zu in 4 rechts rechts halten über sprung zu in 3 links in 3 links in Achtung 5 rechts lang macht zu abzweig 1 rechts extra lang Fahrgäng safari tour und 3 links und 3 links lang macht zu und macht auf über kleine kuppe 60 2 rechts macht auf lang und 2 links lang macht auf 6 links und kuppe lang in sofort 4 links und 3 rechts langsam 80 4 links lang 40 abzweig früher 1 links macht zu und 3 rechts 90 mittig halten über kuppe boah die auslaufzone 60 mittig übersprung 60 5 links macht zu 3 links extra lang 70 kleine kuppe in 3 rechts macht zu 70 früh 4 rechts über kuppe 110 bergab langsam 3 rechts lang macht zu über kuppe weg don't catch steine innen und 5 links lang macht zu innen halten in kurze 5 rechts mittig 190 langsam 6 links bei stemmen in 6 rechts 40 Achtung 3 links macht zu innen halten in kurze 6 rechts innen halten in kurze 6 rechts 70 hallo oh gott muss nach rechts auto Jesus dieses auto manchmal 2 rechts macht zu 1 rechts sehr lang macht zu don't cut und mittig über kleine kuppe in schnelle 3 links 50 los verbauen fahre macht zu innen halten in 4 links lang und 4 rechts macht auf und macht zu bei kreuzung 40 8 und 3 rechts täuscht macht zu über kuppe und 1 links sehr lang innen halten in 5 rechts 70 6 rechts über kuppe lang macht zu 100 bei stemmen in 6 links extra extra lang über kuppe 130 mittiger sprung und voll rechts über welle 80 recht hat platt voll links 60 4 rechts 50 6 links kurz in 6 schalten auf einmal hatte ich leerlaufen und ich habe vernünftig geschaltet in 8 6 rechts lang macht zu kurze 2 rechts in 2 links extra lang macht auf und macht zu und 6 rechts macht auf 50 3 rechts macht zu innen halten links halten für 90 4 rechts täuscht macht zu über kuppe in 8 6 links sehr lang macht zu und 4 rechts lang Au warte fotograf ich komme jetzt 50 Achtung kurze 3 links über kuppe in verdeckte kehrer rechts extra lang macht auf da schon der gang will überhaupt nicht mehr rein mittig über kleine kuppe in 3 links macht auf 140 rechts halten über sprung und langsam 6 links lang don't cut in 5 rechts macht zu 4 rechts über kuppe 40 voll rechts in 5 links über kuppe macht auf macht zu 3 links lang über kuppe und voll rechts über Welle senke Achtung 70 abel 3 links macht zu und cut in 4 rechts 40 5 rechts extra lang mein gott diese das ist eine richtige Arschlauchstelle gewesen auf 0 ja 160, Achtung, Sprung, in Kurze, 3 links, don't cut, 50, 4 links, macht zu, 60, 6 links, über Kuppe, sehr lang, Achtung, macht zu, in 2 rechts, in 1 links, don't cut, macht auf, 3 links, sehr lang, macht zu, am Ende, und rechts halten, in 4 links, macht auf, mittig, über Kuppe, lang, 70, oh mein Gott, 6 rechts, ist, Inke, macht auf, mittig, übersprungen, 80, voll rechts, in 6 links, extra lang, macht auf, 150, mittig, übersprungen, 60, 6 links, macht auf, 60, mittig, über Kuppe, in Kurze, 6 links, Achtung, langsam, 100, weg ab, kleine Kuppe, 2 rechts, macht zu, in 2 rechts, macht zu, in 2 rechts, don't cut, in 6 links, macht auf, in 6 links, macht auf, und macht zu, 5 links, Ach, Mensch, das reicht, das, das reicht, jetzt wieder, ey, zu viel Spaß, Ich komme in hot, Ich hoffe, das war das Ziel, ja doch, Glück gehabt, Diese 2er Kurve zum Schluss, nee, diese abzweig, rechts, 2 rechts, Oh, wir haben es geschafft, Uiuiui, was hat, was hat man dabei, Watt, watt, watt hat man für die Geschwindigkeit, Uh, 98 sollten wir haben, wir hätten 98,6, Meine Glückzahl, by the way, Die 6, Toll, Ähm, ja, Aber, zum Schluss, Ich habe schon geahnt, So, nach der Speed, die wir ganz zum Schluss aufgebaut haben, Wenn da ist eine Hardadel kommt, wir müssen fucking viel bremsen, Und direkt nach dem Call, Habe ich gebremst, Es hat nicht gereicht, Das Spiel hat gesagt, Nö, Nö, Wollen wir nicht, Weiter geht's, Also, was ist, weiter geht's, Das war's, Jetzt, also, Wenn es wirklich nichts kommt, Es kommt halt nichts mehr, Bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, Bei das Ende, Auf jeden Fall, Wir haben jetzt alles, äh, Abgehandelt, Vom Call of McQuarrie DLC, Nix, äh, Also, also, Keine, Keine Challenge, Nicht gemacht, Wir haben auf jeden Fall Challenge, Nicht geschafft, Aber nicht gemacht, Haben wir nichts mehr, Das habe ich ja mit den Griechenland Chroniken, Äh, 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 ne, Beendet, Also, Gefüllt, Also, Gemacht, Ein Hit, Nun gut, Ja, Aber auf jeden Fall, Ein, zwei Videos werden, Denk ich mal, Zu, Zu Jetway noch kommen, Zumal, äh, äh, ähm, Das Spiel hat ja die, BRX Lizenz, Ne, Die, Die World Wedding Cross Championship Cars, Vom Jahre, 19 und 20, Und wenn da mal wieder, Ja, Etwas wieder anfängt, Im Punkto Rennsport, Wird's auch vielleicht, Ja, Dazu, Also spätestens dann, Dazu Videos kommen, Und davor, Wie gesagt, Ein Paar Autos, Will ich mir noch einzeln angucken, Natürlich mit dem Endboss, Audi Sport Quattro S1, Es wird ein Hit, Nun gut, Das war's auf jeden Fall, Fürs Erste, Ja, Fürs Erste, Vielleicht nicht, Das war's auf jeden Fall mit, Colin McWay, Flat Out DNC, Aber für's Erste mit, Dirt Rally 2.0, Und deshalb würde ich mal sagen, Leute, Wenn's euch gefallen hat, Lasst gerne positive Bewertung da, Und, Ich bin da mal raus, Haut rein, Bye bye, And have a great time, Bye, Have a great time, Bye, Untertitelung des ZDF, 2020